Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. In der letzten Folge haben wir angefangen ein Lagerhaus zu bauen. Ich hatte eigentlich erst vor ein automatisches Lagersystem zu bauen, aber dafür fehlen uns noch einige Materialien, einige viele. Allein schon die Trichter, dafür müssen wir auf Eisensuche gehen. Auf jeden Fall hatten wir den Part beendet und das Dach fertig gemacht. Zufälligerweise regnet es auch gerade, deswegen ist es ganz gut, dass wir ein Dach haben. Ich habe da draußen jetzt noch ein Schild. Andere ist mein Lagerhaus, deswegen geschrieben. So, und das sieht jetzt so aus. Ich habe jeweils die Kisten übereinander. Ich habe jetzt normale Kisten, die kann man übereinander stapeln ohne Probleme und man kann sie dann auch aufmachen, weil die sind nicht den ganzen Block hoch, sondern nur so hoch, dass man auf jeden Fall die untere Truhe noch aufmachen kann. Auch wenn es eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Hier haben wir Smaragd drin, Diamant, Eisengold, Lapislazuli, Redstone. Da habe ich alles Redstone-mäßige reingemacht. Stein habe ich erstmal normale Steine und Steinziegel und Bruchstein. Sachen, die man aus Bruchsteinen herstellen kann, reingemacht. Granit an der Seite sieht Diorit. Ist, wenn ich irgendwas Besonderes bauen will, was jetzt nicht unbedingt, was schon Stein sein soll, aber halt nicht Bruchstein oder sowas. Kohle, Feuerstein. Da könnte ich jetzt noch Schwarzpulver heranschreiben. Das mache ich auch gleich mal. Äh, was war das? Kohle, Feuerstein, Schwarzpulver. Passt. Einwandfrei. Wolle, alle verschiedenen Farben, die ich bis jetzt habe. Monster-Materialien habe ich jetzt. Verrottetes Fleisch, Faden, Pfeile, Knochen und Knochenmehl erstmal reingemacht. Äh, ja. Materialien aus Holz, alles mögliche, wofür man Holz so braucht. War erstmal reingemacht. Nether, alles was aus Nether kommt. Jetzt an Baumaterialien. Ähm, Glowstone könnte man da auch noch rein machen, aber das habe ich noch nicht einsortiert. Schwarzeichenholz. Erde sollte klar sein. Da habe ich Erde und grobe Erde reingemacht. Eichenholz. Alles was aus Eichenholz ist. Der Trank gehört da nicht rein. Ähm, Birkenholz. Blablabla. Akazien. Auch die Setzlinge mache ich da rein, das ist besser. Kies, Fichtenholz, Sand und Glas. Keramik habe ich bis jetzt nur das drin. Und Bruchstein. Ach du Scheiße. Ist das voll. Bruchstein ohne Ende. Gut. Und dann dachte ich mir, ach, machst du noch zwischendurch was. Und ich habe mir einfach mal hier. Tch, 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 tch. Einen Weg nach unten. Und ich habe angefangen eine Schmiede zu bauen. Ich habe mir, also den Amboss und die Öfen aus meinem Haus habe ich rausgenommen. Und die mal hier reingemacht. Ähm, weil, wenn wir das Lagerhaus, das Lagerhaus oben haben, dann sollten wir direkt da drunter die Schmiede basteln. Weil, sonst ist der Weg zu weit. Und ich habe auch noch genug Platz zwischen den Etagen gelassen, damit ich hier vielleicht später dann das automatische Lagersystem hinbauen kann. Ich werde jetzt erstmal schnell meine Sachen wieder reparieren. So. Erstmal den Helm. Oh. Ist doch ganz schön teuer. Wenn ich den jetzt nochmal mache. Alter. Ist ja richtig mies. Entweder man benutzt die Diamanten gleich, oder es wird immer teurer. Acht. Alter. Ganze Level. Okay, da warten wir noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss leveln. Hoho. Wir gehen jetzt am besten auf Eisensuche. Und. Genau. Da beleveln wir. Trank der Heilung. Zu futtern. Reicht auch erstmal. Ähm. Ne. Von der Schmiede aus wollen wir nicht irgendwo direkt hin. Ich würde sagen. Da geht es in den Untergrund. Laufen wir einfach. Oh, hier haben wir schon Lava. Oh, hier haben wir schon Lava. Aber. Wenn man mal guckt. Da. Da sieht man, dass da die Schmiede ist. Das kann ich dann irgendwann später noch zubasteln, damit man das nicht mehr sieht. Au. Und ich glaube... Oh, da sieht man die Schmiede auch ein bisschen. Ist natürlich ein bisschen doof. Ja, du kannst mich mal... Okay, ich gehe nochmal an die Erdoberfläche, wenn ich es finde. Das hier ist alles sehr, sehr verwinkelt. Ich habe hier noch gar keinen Durchblick. Ach, da geht es raus. Sehr schön. Ach, das ist das hier. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wo war der Ort, wo wir den Spawner hatten. In die Richtung? Ich glaube... Autsch. Ich glaube, das war in die Richtung. Wir versuchen es einfach mal. Wir müssen uns auch noch eine Kuhfarm machen, weil für das, was ich da vorhabe, brauche ich auf jeden Fall Leder. Ohne Leder geht's nicht. Ja, ich glaube, das war die Stelle mit dem Spawner. Ab nach unten. Da lang. Da lang? Wo war er jetzt? Da? Ne, da ist eine Spinne. Ich glaube, da war er. Hier. Ja. Hier war er. Und hier kann ich Spawn. Also machen wir das so. Eins, zwei. Tipp, 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 tipp. Dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich einfach die Schwierigkeit auf schwer gestellt. Und Ah, nee. Ich brauche dafür Pfeile. Richtig gut. Ich hätte jetzt Pfeile mitnehmen müssen. Hier kann man auf jeden Fall leveln. Oh, no, no. Jetzt muss ich mal gucken. Drei Pfeile habe ich gerade mal. Da muss ich erst fahren. Bam. Essen wir mal was? Gut. Warum spawnt da nix? Können wir auch so machen. Oh, dann sehen wir ja gar nix mehr. Ja, komm her. Bam. Vielleicht sollten wir auch irgendwie Reparatur darauf kriegen auf die Rüstung. Dann kann die auf jeden Fall nicht mehr kaputt gehen von alleine. Also ohne, dass man es merkt. Hallo. Muss man halt immer hin und her, damit man nicht getroffen wird. Level 10 schon mal. Was wollte ich hier eigentlich? Nur leveln, ne? Um meine Ausrüstung. Ja, egal. Reicht. Wie mache ich denn das jetzt? Ich bin von da gekommen. Da ist der Spawner. Gehen einfach mal da wieder hoch. Tück, tück, tück. Da haben wir auch schon Eisen. Nehme ich jetzt alles mit. Weil wir brauchen das ganze Eisen. Oh. Kriege ich jetzt einen kalten Schauer von, von der Musik? Von der Hintergrundmusik? Ja, so ein bisschen. Tja. Wenn ihr wisst, von welchem Spiel die Hintergrundmusik ist, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Also, ich weiß es. Aber ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Hier. Bam. Hier. Da hoch. Nein, verdammt. Da wollte ich doch gar nicht hin. Mist. Wo ich halt hier. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Da hinten ist wieder ein Skelett. Und. Ja. Bam. Weich mir nicht aus. Kohlefrucht. Kohle nehmen wir nicht mit. Ich will Eisen. Alles Eisen oder was? Kohle, Kohle, Kohle. Ah, hier habe ich glaube ich schon alles an Eisen mitgenommen. Dann würde ich vorschlagen, dass ich auch die Kohle mitnehme. Dann brauche ich nicht nochmal hier lang latschen. falls ich irgendwann doch mal Kohle brauchen sollte. Und da wir jetzt ein wenig am Lagersystem gefeilt haben, dürften wir ja auch genug Platz dafür haben. Das Problem ist, ich bin für eine längere Reise bin ich nicht gewappnet. Für einen kurzen Abstecher? Ja. Aber nicht für eine lange Reise. Ach, ich muss da hoch. Da lang. Na, hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Komm schon. Alter, dauert das lang. Da, hier muss ich mir auch eine Leiter hinbauen, ey. Das geht ja gar nicht. So, hier einmal hoch. Dort, dort, dort. Hallo. Oh, der hat ja auch ein Schwert. Ciao. Au. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Und schauen, was passiert. Ja, ist ja gut. Bam. Bam. So, da hinten. Creeper. Und was willst du? Mit einer Schaufel kämpfen, wa? Da hinten ist eins. So. Gibt es eigentlich wenigstens... Uh, Creeper. Gibt es eigentlich wenigstens mehr... Erfahrungspunkte für die? Wenn die auf schwer sind? Oh. Ja, egal. Der ist zu weit weg. Da warte ich jetzt nicht. Lalalala. Lalalala. Da hinten ist ein Skelett. Hallo. Okay, sieht gut aus. Boah. Ha. In die Luft gejagt. Und da ist eine Spinne. Alter, jetzt kommt... ...ne ganze Meute ran. Blöde Rüstung. Die halten viel mehr aus. Na, wo, wo, wo? Hier. Zack. Bam. Ja, was willst du denn damit, hä? Willst du mich mit dem Weizenkorn zerhauen? Justin Bieber! Baaam. Alter. Baaah. Fuck. Ein Mini-Zombie ist mir auf der Schliche. Hier. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hasse die Mini-Zombies. Ich hasse sie. Wie die Pest. Jetzt weiß ich auch, warum mir keine mehr begegnet sind, weil ich auf Likes gespielt habe. Aber die Drops sind auch besser. Da ist eine Spinne. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hallo. Hallo. Tschüss. Au. Ein Enderman. Bam. Level 17, das geht ja schnell mit dem Level Da Komm, 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 Junge, ich hasse sie, ich hasse sie, wie die Pest Und dann halten die auch noch so viel aus, die Penner Ciao Ich muss ein bisschen rennen Hilfe, 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 hilfst du, helfen mir doch Warum ist die Nacht so lang? Nein, weg Jetzt habe ich wieder den Mini-Zombie an der Backe Hier Sicke Weiter Sieht noch gut aus Sieht noch gut aus Alter Nein Shit happens Wie komme ich hier nicht raus? Weg, weg, weg Fuck, fuck Fuck, fuck Boah, Alter, ich kriege hier Ich kriege hier einen zu viel Sag mal, sag mal, bleibt es einfach Nacht oder was? Wie war ich eigentlich diesen komischen Schwungsschlag, hm? Hier Ja Schon wieder einer Hier, bam Hier auch noch Bam Kim Jong-Un Level Level 19 schon Hier wird ja langsam mal Zeit für, äh, ja, ich glaub' Ich glaub' es wird Zeit Aber wo ist jetzt das Leuchten? Äh Hä? Äh Könnt's mich machen Voll, voll scheiße Ey Ver- Ja Ja, ihr könnt mich alle mal Ciao So, jetzt brennt Brennt in der Hölle Sag mal, wo ist denn das? Ich bin nicht blind oder was? Ey Ey, wir sind überhaupt nicht weit weg von unserem Zuhause und ich verlaufe mich Ist ja unglaublich Ich weiß nicht mal, ob das die richtige Richtung ist Money Aber eigentlich müsste es Irgendwo in die Richtung sein Nein, Alter, so weit bin ich niemals gelaufen Falsche Richtung, toll Ja Falsche Richtung, wir müssen in die Richtung Ja Kann ich erstmal hier Was hab' ich gedroppt? Schusssicher Schusssicher Verrottetes Fleisch Jawohl Jetzt machen wir erstmal hier Zack, zack Wieder einfach Aber ist mal ganz interessant mal Äh Ah, Feuersee Blablabla Lavasee wollte ich sagen Ist mal ganz interessant auf Schwert zu spielen Ist halt schon herausfordernder Alter Nein 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 Warum schon wieder So In die Richtung muss ich Bin einfach mal Heute noch? Hallo Ich will nach Hause Da Da muss ich Ja Alter Wie kann man denn sich während eines Kampfes so verlaufen? Kann mir das mal einer verraten? Okay Ich laufe immer weiter in die Richtung Da hinten ist ein Berg Könnte das mein Berg sein? Ja Endlich Ich sehe schon von Weitem Das da oben habe ich gebaut Und deswegen würde ich es halt gerne noch höher bauen Damit wenn sowas passiert Ich ohne Probleme den Weg zurück finde Aber ich Depp habe auch nicht die richtige Karte dabei Beziehungsweise ich habe schon die richtige Karte dabei Aber naja Sei es drum Alter Riesenumweg Riesenumweg So gleich sind wir da So Na? Uff Mann ey Egal Gut Zuhause angekommen Würde ich sagen Ich mache auch mal Schluss für heute Letzte Aufnahme Ich muss ins Bett Morgen wieder arbeiten Und Naja Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe Euch hat es Spaß gemacht Mir beim Kämpfen zuzusehen Das war gar nicht mal so einfach Und was haben wir hier? Ja Ich packe die Sachen einfach mal Unten In die Schmiede Gut Na dann Bis zum nächsten Mal Tschau Leute Ja